Planeten 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ohne Handys, ohne Funkgeräte. So konnte man uns nicht abhören. Wir hatten alle Türen verriegelt und die Alarmanlage deaktiviert. Wir befanden uns in einer Art Zeitlimbus. Niemand wusste, dass wir die staatliche Banknotendruckerei in unserer Gewalt hatten. Und in dieser himmlischen Ruhe vor dem Sturm fühlte es sich einfach an. Wie ein ganz normaler Tag. Du bist ein Hübscher. Der Safe ist jetzt offen. Zieht eure Westen an, wir müssen los. Wenn ihr soweit seid, aktivieren wir den Alarm. Berlin berätet euch darauf vor, die Türen zu öffnen. Es ist äußerst wichtig, dass die Polizei absolut nicht weiß, was vor sich geht. Sie müssen denken, dass es einfach nur ein Überfall ist. Dass wir mit dem ganzen Geld fliehen wollen und die Sache schiefläuft. Dass wir auf sie schießen würden und dass wir keine andere Möglichkeit hatten, als uns zurückzuziehen. Und dann, ohne dass jemand verletzt wurde, gehen wir wieder hinein. Sie sollen denken, dass sie uns in die Enge getrieben haben wie Ratten. Und dass wir improvisieren würden. Ja! Das ist ein Hübscher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Projektil einer M16 verlässt den Lauf etwa mit 3500 Kilometern pro Stunde. Es ist schneller als der Schall. Das heißt, wenn sie dir ins Herz schießen, hörst du das Projektil, das dich tötet, nicht einmal. So wusste ich, dass ich es war, die alles vermasselt hatte. Im Bruchteil einer Sekunde. Wie schon in der Vergangenheit. Ich verstehe das echt nicht. Ich weiß nicht, was dieser Scheiß sollte. Was zum Teufel war das? Der ist nicht wirklich verfickten Verstand. Was soll das? Du hast zwei Polizisten angeschossen. Was soll das? Auf einmal war da dieser Bull und hat einfach auf mich geschossen. Was hättest du getan? Ihn angespuckt? Verdammte Scheiß auf mein Leben. Was solltest du tun? Du solltest dich an den verdammten Plan halten. Wir sind ihn bestimmt 400 Millionen Mal durchgegangen. Uns wurde gesagt, dass wir auf niemanden schießen. Ich bin hingefallen. Sie hat mich nicht gedeckt. Nein, ich nutze! Na, Robi und ich haben dich auch gedeckt. Aber wir haben in die Luft geschossen. Und nicht auf die Polizisten. Was ist passiert? Sie haben sich offenbar Zugang zu einem der Tresorräume verschafft, um an die letzte Banknotenserie zu kommen. Was war mit der Alarmanlage? Wissen wir nicht. Der manuelle Alarm ist losgegangen. Wahrscheinlich von einem Eingestellten ausgelöst. Wie viele Geiseln? Schwer zu sagen. Das Münz- und Druckmuseum war geöffnet. Sag mir eine Zahl. Bestätigt sind bisher 35 Arbeiter, elf Sicherheitsleute und 17 Schüler aus der englischen Schule. Was wollten denn die Schüler dort? Sie waren auf einem Ausflug. Weiß die Presse schon davon? Nein, noch nicht. Irgendwas über die Täter? Bis jetzt nicht. Wir sind dabei, Aufnahmen von Überwachungskameras der anliegenden Läden zu sichten. Was glaubst du, wie viele es sind? Vier sind kurz rausgekommen. Wir nehmen an, mindestens sechs. Waffen? Wir wissen, dass sie mindestens drei M16 haben. Und sie sind ziemlich aggressiv. Ah, die Spezialeinheit. Ja, die war als erste hier. Hallo? Einen schönen guten Tag. Ich bin Raquel Murillo. Befehlshaben der Inspektora. Mit wem spreche ich? Mit dem Befehlshaben ein Geiselnehmer. Er benutzt einen Stimmverzerrer. Wir versuchen es zu entzerren. Wie geht es Ihren verletzten Kollegen? Gott sei Dank haben wir bisher keine Verluste zu beklagen. Das freut mich. Das freut mich aufrichtig. Sagen Sie, Sie hören sich merkwürdig an. Ja, ich muss mich für diese schreckliche Metallstimme entschuldigen, aber die... ...dient dem Schutz meiner Identität. Falls wir irgendwann mit einem Hubschrauber nach Brasilien fliegen. Das ist es, was Sie wollen? Einen Hubschrauber? Im Augenblick möchte ich nur mit jemandem verhandeln. Mit jemandem verhandeln, der mich nicht hinhält. Nicht den Vorgesetzten, den Geheimdienst oder seine Mutter fragen muss, um mir mit Ja oder Nein zu antworten. Dann sollten Sie direkt mit dem Präsidenten sprechen. Aber der, er damit beschäftigt ist, das Land zu regieren, werde ich versuchen, ihn zu ersetzen, falls Sie nichts dagegen haben. Haben Sie vielleicht noch Fragen? Ja. Was haben Sie an? Wie bitte? Wie sind Sie gekleidet? Finden Sie nicht, dass unsere Kleidung sehr viel über unsere Persönlichkeit aussagt? Wissen Sie, ich habe kein Problem, Ihre Frage zu beantworten, aber ich glaube, ich sollte Sie darüber informieren, dass dieses Gespräch von Mitgliedern verschiedener Spezialeinheiten der Polizei und dem Geheimdienst mitgehört wird. In diesem Falle denke ich, dass es höflich wäre, Sie zu begrüßen und mich vorzustellen. Senores, es ist mein Vergnügen. Entschuldigen Sie, dass ich meinen Namen nicht nenne, aber Sie können mich Professor nennen. So werde ich von allen genannt, wissen Sie? Äh, und nach diesem sehr ergreifenden Moment, sagen Sie, was wollen Sie? Zeit. Um ein paar Dinge zu klären. Hören Sie, Inspektora, ein paar Sekunden haben verhindert, dass wir das Gebäude verlassen konnten. Aber wir sind perfekt darauf vorbereitet, uns zu verteidigen, deswegen unterlassen Sie bitte jegliche Form des Angriffs. Kann ich Ihnen vertrauen? Selbstverständlich. Aber damit ich Ihnen auch vertrauen kann, erwarte ich eine Geste von Ihnen. Lassen Sie die Schüler frei, Sie sind minderjährig. Dann wird das Ganze einfacher. Aber Inspektora, Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was Sie anhaben. Ich trage eine graue Jacke, eine hellblaue Bluse, schwarze Stiefel mit Absätzen und... Okay, ich würde mal sagen, das reicht jetzt, oder? Gut, so kann ich mir Sie viel besser vorstellen. Aber Inspektora, Sie haben ganz vergessen zu erwähnen, ob Sie einen Rock oder eine Hose tragen. Und deswegen würde ich Sie bitten, das nächste Mal etwas konkreter zu sein. Über Ihren Wunsch werde ich nachdenken. Was machen diese gepanzerten Fahrzeuge da draußen? Wir werden stürmen. Mit allen. Was? Das passiert, wenn ich das anordne. Das habe ich nicht. Ich habe das Kommando. Das ist ein Befehl von oben. Eine von den Geiseln hat Priorität 1. Wissen Sie, was Priorität 1 bedeutet? Sie werden eindringen. Sie werden eindringen, weil wir unser Lämmchen haben. Alison Parker. Tochter von Sir Benjamin Parker, Botschafter des Vereinigten Königreichs und enger Freund der Königin. Uns bleibt nichts weiter übrig, als zu stürmen. Denn wenn wir jetzt nichts tun, weiß morgen das ganze Land über die Sache Bescheid. Sie werden glauben, dass wir es nicht wissen. Sie werden glauben, dass wir es geschafft haben, die Informationen vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Heute ist sie nur eine der Geiseln. Aber morgen wird sie ihr Hauptziel sein und alle Pistolen werden auf den Kopf des Mädchens zielen. Wollen Sie das wirklich? Deshalb werden Sie in der ersten Nacht zuschlagen. Und Sie werden es vor 4.15 Uhr tun. Denn um 6.30 Uhr wird es hell. Wollen Sie etwa, dass in einem spanischen Geiseldrama England die Führungsrolle übernimmt? Es ist besser für uns, wenn Sie zu stürmen versuchen, ohne viel zu überlegen. Denn auf diese Weise gewinnen wir die erste Schlacht. Lakel, es läuft ein Anruf von einer der Geiseln. Alison Parker. Lauter. Wir haben auch schon eine Hörerin am Telefon, die uns ihre Meinung sagen wird. Ich bin keine Hörerin. Ich bin eine Geisel und werde festgehalten. Ich heiße Alison Parker. Ich bin die Tochter des englischen Botschafters. Sie ist live auf Onda Serro. Ich melde mich aus der staatlichen Banknotendruckerei bei Ihnen. Dieser Anruf muss sofort unterbrochen werden. Sofort! Sofort unterbrechen! Wir haben das Gleiche wie die Geiselnehmer an. Koronell, wir können hineinsehen. Scheiße, was ist das denn? Sie haben uns mit Fake-Waffen und Masken ausgestattet. Vergrößern. Genug. Niemand weiß, wer Sie sind. Oh nein, diese Mistkerle. Wenn die Polizei stürmt, werden Unschuldige verletzt. Die Kerle haben sich mit den Geiseln verschanzt. Alle haben das Gleiche an. Sie können unmöglich wissen, auf wen sie schießen. Der hat auf keiner reich. Brechen Sie die Operation ab! Abbrechen! Das darf nicht gestört werden. Abbrechen! Verlassen Sie Ihre Position. Wir brechen die Operation ab. Eine entkoffinierten Kaffee, bitte. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Marie. Wie hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton? Mama, ich habe jetzt Feierabend. Ich... Bitte entschuldigen Sie, haben Sie zufällig ein Ladegerät? Nein. Möchten Sie meins benutzen? Wirklich? Es würde Ihnen nichts ausmachen? Nein, nein. Sicher, ja? Mhm. Danke. Ich muss ein paar Anrufe machen. Das macht nichts. Danke. Mama, ich bin jetzt fertig. Ich komme. Kommissario Sanchez, hinterlassen Sie eine Nachricht. Hier ist Inspektora Morelio. Ich weiß, es ist spät. Nur eins. Sollte die Sache dem Geheimdienst übergeben werden, eventuell aus diplomatischem Interesse, stehe ich als Strohfrau nicht zur Verfügung, während diese Gorillas schwerbewaffneter reinstürmen. Ich kann nicht jedes Mal springen, wenn Prieto ruft. Ich wünsche eine gute Nacht. Wir reden morgen. Danke. Gern geschehen. Die Anzahl der Geiseln, die dort festgehalten werden, ist unbekannt. Die einzige Information, die wir bisher haben, ist, dass Alison Parker, die Tochter des Friedens... Verzeihen Sie, aber das... Das sind doch Sie, ich erkenne Sie doch. Vielen Dank. Ich erzähle die Geschichte der Entführung, weil Sie später alle an die Geiselnamen der stattlichen Banknotendruckerei erinnern werden. Das Zentrum Madrids war gesperrt. 24 Stunden Live-Übertragung im Fernsehen. Die Polizei konnte das, was sie gelernt hatte, vergessen. Sie war hilflos angesichts der dreisten Gangster, die dort versuchten, ihr eigenes Geld zu drucken. Aber hinter diesen Mauern sind auch Dinge passiert, die uns verändert haben. Wir kamen irgendwann an einen Punkt, an dem wir nicht mehr wussten, wer die Guten waren und wer die Bösen. Wenn Sie jetzt mit diesen Leuten verhandeln, wollen Sie ihnen dann wirklich entgegenkommen, oder ist das nur ein Versuch, irgendwie Zeit zu gewinnen? Naja, Sie müssen mir nicht antworten. Ich wollte... Jeder Fall ist anders. Natürlich, das verstehe ich. Verzeihen Sie mir bitte. Aber ja. Ja, Sie haben recht. Wir versuchen, die Gemüter zu beruhigen und irgendwie Zeit zu gewinnen. Danke. In Wirklichkeit waren wir's, die Zeit gewann. Der Satz, Zeit ist Geld, hatte nie besser gepasst. Unmengen an Geld. Jede Stunde drucken wir 8 Millionen Euro. 1400 Seiten Bandnoten Papier, die wir dann in 140.050 Euro-Scheine zerschnitten. Seht ihr die gestrichelte Linie? An dieser Stelle brecht ihr den Beton auf. Und zwar genau auf der Linie. So, als wäre das ein Ausschneidebogen für Kinder. Bis zur Kanalisation runter sind es 48 Meter und die Schichten dauern jeweils drei Stunden. Wenn ihr eure Schicht beendet habt, geht ihr wieder zu den anderen. Und keiner von euch wird auch nur ein Sterbenswort darüber verlieren, was wir hier unten machen. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Nein. Dann ist ja gut. Dann hab ich mich klar ausgedrückt. Gut, also los. An die Arbeit. Setz die Ohrschütze auf und schnapp dir den Presslufthammer. Ich hab sowas noch nie in der Hand gehabt. Es gibt immer ein erstes Mal. Hey, und pass bloß auf. Du wärst nicht der Erste, der dabei einen Fuß verlieren würde. Ich hilfeiert mich noch mal. Ich hatteمر die neglect, ich hab' bekommen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020